so Leute es geht weiter ich habe jetzt die Mölle ausgerüstet wieder weil sie ist ja besser wir haben die Beier außerdem fand ich hier gar nicht so schlecht ist da was da ich dachte schon ja dann geht es wir weiter ich glaube wir kriegen die Nacht gespalt an oder ist das morgen weiß ich nicht wird sich zeigen ja dann marschieren wir mal angucken was passiert so so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Das war's für heute. 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 Ich schalte einfach eine Maschinenpistole. Das war's für heute. Ja, ja, ja. Erweiterte Glyph-Standard. Okay. So, dann ist die jetzt erstmal raus. So, dann kommst du. Dann können wir mal Panzerbrechen machen. Wir haben hier gleich richtig Ärger an den Hacken. Äh... Scheiddämpfer. Ein Visier könnte man auch hier drauf machen. Hm. Wäre sogar hier auch wirklich interessant. Okay, dann... Zuweisen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Leute. Was läuft denn hier ab? Ja. Okay. Äh... Ja, ja, wir sind jetzt hier. Wo ist? Wenn du... Wie groß ist? Ja, wir wollen... Wie groß sind? Was fühlt sich jetzt nicht aus? Wie groß ist? Boah, sorry, Moment. So jetzt. Ja, hat sich doch gelohnt. Die Frage, soll ich die da drinnen rauslassen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe eine Panzerfahrtgeschenke gekriegt, richtig? Ich habe vier Schuss dabei. Ich könnte eine Tür aufmachen, reinhämmern und Schuss. Ich meine, wir könnten es auch lassen. Ich meine, die Jungen stören mich jetzt nicht groß. Aber da könnte natürlich irgendwas drin sein, aber boah, die zwei da jetzt rauszulassen. Oh. Oh! Oh! What the fuck? Was hab ich da getroffen? Hm. Oh! 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 Okay. Was ist das? 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 Hey, da drin ist ja eine ganze Versammlung. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Was ist das? 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 Okay, das ist das? Was 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 ist das?